Die Firma Röllkind fertig seit 75 Jahren am Standort Solingen. Wir stellen Kennzeichnungswerkzeuge und Maschinen für die anspruchsvollsten Kunden in der Welt her. Diese Kunden kommen aus der Metallindustrie, wie auch der Kunststoffindustrie, Pharmazie und der Lebensmittelbranche. Das Röllkind-Team besteht aus 45 Mitarbeitern und wir sind stolz darauf, dass davon sieben Auszubildende sind. Ich bin jetzt seit 40 Jahren hier. Ich habe hier als Lehrling angefangen für Stahlstempel und Brennstempel, Golddruckstempel, die wir machen. Wir machen die Produkte heute noch. Das wird immer interessant bleiben. Wir machen aber auch die neueren Sachen für die Pharmazie, Tabletiermaschinen. Alles, was so an neuen Produkten auf den Markt kommt, wird sich die Chefsleitung immer darum kümmern. Deswegen bleibt die Sache auch sehr interessant hier. Ich mache eine Ausbildung als Ersparnungsmechaniker bei der Firma Röllkind. Das Arbeitsklima gefällt mir hier sehr gut. Ich wurde hier super aufgenommen. Ich lerne hier jeden Tag etwas Neues und das ist der Grund, warum ich hier jeden Tag arbeite. Made in Germany ist keine Floskel für uns. Das zeigen die zahlreichen Investitionen in die Nachhaltigkeit unseres Standorts in Solingen. Wir haben in eine Regenwassersammelanlage investiert, die unseren Trinkwasserverbrauch senkt. Wir haben in eine Photovoltaikanlage investiert, die unseren Stromverbrauch zum Teil kompensiert. Des Weiteren haben wir vor kurzem eine LED-Leuchtanlage aufgehangen in der Gesamtproduktion, die weiterhin unseren ökologischen Fußabdruck minimieren soll.